Falls ihr, wie ich, ein riesen Digimon-Fan seid und Bock auf das neue Digimon-TCG habt, dann schaut gerne mal bei Alternative Games vorbei. Dort gibt's Starter-Decks oder auch Einzelkarten zu fairen Preisen, also baut euch euer Deck und dann let's go. Der Link zum Shop ist in der Beschreibung. Wir regen uns ja alle gerne mal darüber auf, dass es drei Feuer-Kampf-Starter hintereinander gibt, weil die Typen-Kombination gerade für einen Starter doch dann ausgedient hat. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, was sind eigentlich alle Pokémon, die eine einzigartige Typen-Kombination haben? Das Ganze hab ich mich auch gefragt und dementsprechend hab ich hier mal eine Liste zusammengestellt und ihr bekommt jetzt zum Stand von dem Datum, an dem das Video rauskommt, eine Auflistung von allen Pokémon, die eine einzigartige Typen-Kombination haben. Einzigartig heißt in dem Fall, dass wirklich nur das eine Pokémon beziehungsweise die eine Reihe diese Typen-Kombination hat. Eine Reihe heißt in dem Fall, dass sich ein Pokémon in das andere entwickelt, auch wenn die eventuell anders miteinander zusammenhängen, wie zum Beispiel Lasho-King oder Lamus, dann ist das nicht dieselbe Reihe tatsächlich und dementsprechend auch nicht in der Liste vertreten. Ebenfalls zum Beispiel nicht dabei sind Nido-King und Nido-Queen, denn auch wenn die zwei zusammen eine einzigartige Typen-Kombination haben, ein Nidoran-Männchen wird nicht zu einem Nido-Queen. Die hängen in der Hinsicht nicht zusammen, dass sich das eine Pokémon in das andere entwickelt. Dementsprechend auch wirklich nur eine einzelne Reihe. Wie immer, ich würde mich sehr über eine positive Erwertung freuen. Ich glaube, es sind einige Pokémon dabei, die man tatsächlich noch nicht gekannt hat, denn das Ganze hilft dem Video, das hilft mir und das würde mich wirklich sehr, sehr glücklich machen. Wie immer würde ich mich auch sehr über ein Abo von euch freuen, falls ihr noch keinen Star gelassen habt. Die neuesten Abonnenten sind Dario, Remus und KS. Vielen lieben Dank an euch und falls ihr Bock habt, im nächsten Video eventuell erwähnt zu werden, lasst gerne ein Abo da. Ich werde ab jetzt immer den neuesten Abonnenten am Anfang noch ein kleines Shoutout geben, von dem her würde es mich, wie gesagt, sehr freuen, wenn ihr ein Abo dalassen würdet. Das Ganze ist nach Nationalex-Nummer geordnet, von dem her fangen wir an mit Alola Raichu mit Elektro-Psycho. Dann Alola Sandan und Alola Sandama mit Eis-Stahl, was ein sehr, sehr coole Typ im Kombi ist. Als wäre es noch nicht genug, haben wir jetzt noch Alola Wulnona mit Fee-Eis. Tatsächlich kein Wolpix, weil das hat noch keinen Feentyp. Dann was, was mich tatsächlich ein bisschen überrascht hat, und zwar Zubat, Golbat und X-Bat sind bis heute die einzigen Gift-Flug-Pokémon. Jetzt hatten wir ja schon eine Weile keine Alola-Pokémon mehr. Dementsprechend Alola Kleinstein, Alola Georock und Alola Geowatz mit Gestein-Elektro. Weiter geht's dann mit Nebulak-Alpollo, Gengar und dementsprechend auch Mega-Gengar mit Geist-Gift. Wir haben jetzt mal wieder eins, was alleine für sich steht, und zwar Galas-Mog-Mog mit Gift-Fee, was cool ist, weil das ist ja quasi so paradox, und die sind ja so ein bisschen gegenteilig, die Typen, das ist ja cool. Dann hätten wir einmal Sneebel und Snibuna mit Unlicht-Eis, was offensiv sehr geil ist, defensiv, nee. Um jetzt aber wieder ein bisschen mehr Cuteness reinzukriegen, hätten wir jetzt Quickel, Keifel und Mammutel mit Bodeneis. Um jetzt wieder ein bisschen brutaler zu werden, haben wir einmal Despotar und Mega-Despotar mit Unlicht-Gestein. Lothurzel, Lombrero und Capalores sind mit Pflanzwasser einzigartig. Hier steht wieder jemand für sich alleine, und zwar Ninjatom mit Käfergeist. Der schöne Funfact, dass Warblum mit Normal-Flug anfängt und in der Mega-Form keinen dieser Typen mehr hat, denn wir haben Mega-Altaria mit Drache-Fee. Pupanze und Lipomentas sind die einzigen Boden-Psycho-Pokémon. Lillip und Wilier sind hingegen die einzigen pflanzige Stein-Pokémon. Um jetzt aber zu den Startern zu gehen, Shelterra ist bis heute das einzige Boden-Pflanzen-Pokémon. Und wir bleiben direkt dabei, Empoleon ist bis heute das einzige Wasser-Stahl-Pokémon. Weiter geht's mit dem Goat schlechthin, Bidifas ist das einzige Normal-Wasser-Pokémon. Während Schneebedeck, Rexblisar und Mega-Rexblisar die einzigen Eis-Pflanzen-Pokémon sind. Frostedia hingegen hat auch den Eis-Typ, zusätzlich aber noch den Geist-Typen. Es sind nicht mehr viele von übrig geblieben, aber das normale Rotom mit Elektro-Geist ist auch nach wie vor noch einzigartig. Und die einzige Form, die bisher keinen Cousin hat, was die Typen angeht, ist tatsächlich Rotom-Heat oder Rotom in der Mikroballen-Form mit Elektro-Feuer. Feuer ist auch ein Teil von Heatran, das hingegen hat auch noch den Stahl-Typen. Ganovil, Rokaiman und Rabigatus sind die einzigen Unlicht-Boden-Pokémon. Hier wieder was sehr Spezielles, und zwar Galaflampivian im Trance-Modus ist mit Feuer-Eis das einzige seiner Art. Und das ist eine sehr coole Typen-Kombi. Da wir nach Nationaldecks-Nummer gehen, kommt das tatsächlich jetzt schon. In Legenden-Arctus haben wir Hisui-Zorua und Hisui-Zorua bekommen. Und die sind tatsächlich mit Normal-Geist auch einzigartig. Und das ist tatsächlich auch defensiv gesehen einer der besten Typen-Kombis, die man haben kann. Falls ihr dazu mehr sehen wollt, klickt oben auf den I, da habe ich die besten defensiven Typen-Kombinationen Gears gibt vorgestellt. Alle Sesokits und alle Kronjuwels zusammen haben ebenfalls mit Normal-Pflanze eine einzigartige Typen-Kombination. Flunschlik mit Boden-Elektro ist ebenfalls einzigartig, dem könnte man auch potenziell auch Wasser dazugeben. Gladiantri und Cesurio sind die einzigen Stahl-Unlicht-Pokémon. Und Terrakium das einzige Kampf-Gesteins-Pokémon. Die hängen ja quasi zusammen, weil es im Prinzip das gleiche Pokémon ist. Und zwar Kyurem, Kyurem White und Kyurem Black sind die einzigen Eis-Drachen-Pokémon. Leufeo und Pyroleo die einzigen Normal-Feuer-Pokémon. Grammokles, Duokles und Durungard hingegen sind nach wie vor die einzigen Stahlgeister. Da ja der Normaltyp fast mit jedem Typen irgendwie inzwischen kombiniert wurde, haben wir mit Eguana und Elezard die einzigen Normal-Elektro-Pokémon. Das wundert mich nach wie vor immer noch, aber Balgoras und Monagoras sind die einzigen Drache-Gesteins-Pokémon, was irgendwie, ja, weird ist, weil es sind Fossilien, die hängen mit Dinos zusammen. Warum hatten wir nur einen Drachen mit einem Gesteinstypen? Eine der langersehntesten Typen-Kombis ist mit Feuerwasser Vulcanion geworden. Kravell ist das einzige Eiskampf-Pokémon. Und jetzt werden wir mal wieder ein bisschen cuter. Und zwar Wommel und Bundlebee sind die einzigen Käfer-Fee-Pokémon. Ich liebe die Fähigkeit Mollung und Amphira sind die einzigen Gift-Feuer-Pokémon und ich liebe diese Typen-Kombi. Es muss ja in jedem Video irgendwie ein Pikachu geben. Hier haben wir quasi Mimikma mit Geist-Fee. Dragon Ball hat es auch reingeschafft. Zenlong, das einzige Normal-Drachen-Pokémon. Und langsam frage ich mich echt, welche Kombi mit Normal noch fehlen. Mediras und Grandiras sind die einzigen Drachen-Kämpfer. Anego hingegen das einzige Gestein-Gift-Pokémon. Weiter geht's mit dem kleinen Kämpfer und zwar Marshadow, der ist der einzige mit der Typen-Kombi Kampfgeist. Meiner Meinung nach war die Typen-Kombi perfekt für Smetpo, aber Kerada und Maritaly sind die einzigen Psycho-Käfer-Pokémon. Auch die Typen-Kombi ist super cool und zwar Toxel und Rifex sind die einzigen Elektro-Gift-Pokémon. Bämon, Pilzebub und Olanga und ich hasse alle drei nach wie vor, sind leider die einzigen Fee-undicht-Pokémon. Den Titel hätte ich so gerne mega absurd gegeben. Aber jetzt wird's nochmal richtig cute und zwar Snom-Nom und auch Motineva sind die einzigen Eis-Käfer-Pokémon. Fun Fact, das ist meine Lieblingstypen-Kombi. Und den Abschluss macht Maupeko als einziges Elektro-Unlicht-Pokémon. Damit haben wir jetzt alle aufgelöstet. Das sind bis zum heutigen Datum alle einzigartigen Typen-Kombinationen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Von dem her würde ich mich, wie gesagt, sehr über eine positive Bewertung und auch über ein Abo freuen. Und falls ihr, by the way, wirklich mal ein Video haben möchtet zum Thema eventuell manchen Pokémon, die einen Dritttypen verdient hätten, dass man denen potenziell den Typen auch noch gibt und ich da ein bisschen eine Liste zusammen mache, lasst mir das gerne in den Kommentaren wissen. Wenn der Ansturm groß sein sollte, können wir vielleicht auch ein Mammut-Projekt starten und einfach sagen, wir geben jedem Pokémon mit nur einem Typen einen zweiten potenziell. Von dem her, wenn ihr da Bock drauf habt, lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Man sieht sich hoffentlich beim nächsten Mal. Bleibt gesund. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis dann und ciao. Bis dann, bis dann, bis dann, bis dann.